Wir sind halt für bald aufs Taumjungen. Kleine Taumjungen-Plattie. Taumjungen-Plattie. Schlafen? Jaaa. Jaaa. Ich? Snafi? Ich auch. Du Snafi? Er, sie, es, Snafi. Ich hoffe, ich frage noch Taumjungen. Wisst mir, wie ich das mache, wird das so ungefähr 30 Stunden dauert. Eins! Nö, du brauchst. Drei. Mann! Wie mache ich denn das nun mal? Das war aber, glaube ich, inzwischen ist es nicht mehr so schlimm gelaufen. Was glaubst du? Du? Ich kann jetzt ja selber gegen Plätzchen reden, aber... Ja. Ja! Bäh! Das ist es nicht. Das sind die Plätzchen. Ups. Äh. Drei Grandtatsio und Terra. Das ist nicht zufällig. Was kann ich eigentlich? Oh, eigentlich? Das ist nicht zufällig. Wahrscheinlich verkacke ich jetzt voll DS4-Situatur. Oh, was? Ich probiere es trotzdem. Ähm. Wo ist das denn? Geil. Na, das ist rosa. Da. Ah, das ist eh zu wenig. Okay. Ich nehme die trotzdem mit. Das ist nicht da. Bäh! Geil. Heimlich. Das ist ja der Garten. Also geh. Oh, das ist ein... No, das ist wirklich... Was ist das denn? Ich glaube, ich kann das nicht portionieren. Also, ich müsste es dann, glaube ich, mit den kleinen Pfeils machen. Oh, oh, es ist... Oh, stimmt, es verflüssigt sich ja dann wieder. Ah. Okay. Wo war das drin? Ach so, Salis Mundus. Stimmt, Mundus. Okay. Das habe ich ja noch. Juhu. Äh... Wir hatten das da drin. Genau, 5. Und ich brauche noch ein Dirt. Äh... Ach so, heute brauche ich aber mehrere davor. So. Genau. Und dann brauche ich Eisen. Drei Stück. Weiter. Ein, zwei. So. Hässchen Gläser. Hässchen Gläser kann ich eigentlich... Nein. Huah! Ich bin ja bis jetzt steil geflogen. Ja, mal steil. Oh! Na doch nüt. Ach blöd. Ist okay. Voll Schoppung. Äh. Ich bin ja bis jetzt. Ein, zwei. Ein, zwei. Äh, vier. Und jetzt... Uh, hier. Ja, das ist immer wurscht. Okidoki. Cheeseburger. Alter, wir brauchen Cheeseburger. Ähm. Das ist wieder hoch. So, wenn wir jetzt... Und zum gewinnen da hinaus zu gehen. Heut, da rum. Wow! Ok, ähm... Pogba. Pogba? Ja, eine Taumiumplatte. Plattie. So, komplett. Auf die... Essentia Smultery. Was? Ah. Ah. Das gehe auch geblieben. Eine Automation! Schön! Ja, das habe ich... Ja, das habe ich schon. Aber ich habe es noch nicht gebaut. Weil du musst die komischen D-Blöcke dafür bauen. Also geben. Du musst auf die Blöcke... Kommt. Kommt. Ja. Das obere Ding, das ist... Und du musst die komischen Blöcke dafür machen. Und die habe ich noch nicht gemacht. Schauen nervig aus. Aha, aha. Scheiße. Hier, was bist du? Jetzt kann ich abgefliegen. Stark. Ja, ja. Es geht so mal... Was ist da? Ich kriege es ein bisschen, was ich dann borse, was ich dann geben kann. Oh, ich habe hier? Ich habe hier okay. Okay, ich habe hier Alchemie. Ich habe hier nicht mehr drauf. ich bin schon fast fertig. Ich bin auch ungefähr so weit wie du in der Chemie aber es ist... Es ist nett, 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 es ist nett. Wir sind nur über Theories machen. Ich habe kein Bock mehr auf Theories machen. Uiuiui! Clockworld, mein, guck mal, das sind wahr. I don't know. Aber weißt du, was ich jetzt mal brauche? Was denn? Ähm... Scheiße, wie hast du das blöcke Ding? Terminal. Ähm... Es gibt ein Thaumcraft im E-System. Oh! Äh... Die ist aber nicht gut. Genau, im E-Essentia-Terminal. Damit... Hast du nämlich, glaub ich, die... Genau, der Arcane-Crafting-Terminal. Damit kannst du auch mal deine Essentias reinballern ins E-System und auch mal hast du halt dann einfach deine andere als Crafting-Bench. Okay. Ja. So, der Arcane... Was ist das? Das ist ein Stein. Nein! Das ist Stein! Na, äh... Wo habe ich das gefunden? Am Boden! Stein! Nein! 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 Ich... Ich habe gesagt, ja, dass du das mal verzeihkost! Ja, na! Du bist jetzt der Ficker, weil es das mal nicht verzeih ist. Ich verzichte fixen jetzt. Fick nicht! Fick! 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 Ich brauch... Guit! So schaut's aus. Gold! So. Einmal Volt hier rein. Und ich glaube, wir brauchen Nether Quartz. Weil ich kein Silikon mehr habe. Jawohl. Äh... Oh, ich habe doch das Silikon. Sehr gut. Silikon! Was weiß nicht so? Ich kann eigentlich nur Kisten führen, wo das dann nicht kommt. Eigentlich... Eigentlich brauche ich auch die Ohren. maximal 2 aber ich bin mir gar nicht so sicher ist doch brauche ich jetzt nämlich um das ist doch nicht schlecht ja wo ich das homo ob ich den 80 davon habe ich dir kein über oder den antwort video direkt schlafen ja wei du 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 tschuldigung so wie gerade auch kotzt ich möchte nicht speichern gewicht so okay das heißt ich komme jetzt das blöde ding bauen einmal die dort dort die dort und die dort vielleicht da nicht warum nicht ist er der frische ach ich muss dies researchen ich muss den einfach researchen so ist er nicht so auch nicht scheiße sagt ich kann das denn einfach so cool jetzt ach du ist dies alles freigeschalten das ist die beste Ah, das kann ich nicht in den händischen, das ist auch nicht, das ist auch nicht. Oh, das ist nicht. Okay. Okay. Oh, das ist auch nicht so gut. Ja. Genau das. Okay, aber egal, ihr lasst es da einfach drin. Irgendwann werde ich dich doch rausfinden. Ähm. So, ich würde jetzt schauen, wie man die Hubs macht. Und für was die Tubes sind? Okay, ich hab. Tube. Achso, das ist so. Achso. Dann nicht. Okay. Dann machen wir die Tubes. Dafür brauche ich... Oh, echt jetzt? Tubes Kacka machen. Okay. Wie gesilbert. Blob. Und... Weißt du, wo ich bei Drop gerade Dinger aufmessen? Und die Pussy drippt! Oh wow, ich hab da 255 Zombie Brains geholt. Ich würde mir jetzt ein kleines bisschen am Sack geben. Aber nur ein kleines bisschen. Das geht. So, was brauche ich nur dafür? Weil für das brauche ich bestimmt... Glas. Iron Plates, okay. Also für Glas bin ich eindeutig hier richtig. Und für Iron Plates muss ich eindeutig hier hin. So. Iron? Äh. Fast 7000 Iron. Oh stimmt, das... Ich konnte mal versorfen, wenn wir noch schmeißen. Oh, was bist du denn? Green Force Door. Cool. Wie macht man denn nun mal Plates? Achso. So. Hat's raus gefunden. So. Jetzt guck. Heut. Heut. Zack. Ähm. Die macht man glaube ich da drin. Das heißt, ich muss das wieder raus holen. Äh. Duster. 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 Was ist das da? Die Axt eigentlich nicht, danke. Was ist das da? Was ist das da? Okay, so schwer handy tut es gar nicht. Das ist zumindest die normalen. So, jetzt bringe ich wieder mein Buch. Ich brauchst du gar nicht ein bisschen mehr. Ah, jetzt bringe ich wieder ein bisschen. Sag mal, wie keine Lust es ist raus, wie sie funktionieren. Ich glaub die funktioniert nicht viel anders, als die Ender-IO-Tubes. aber du gibts millionen davon muss man mal alles mundes mitnehmen oder möchte das glas erfüllen ja